Aurea Mäuse, weiter geht's in der Schatzruhenwoche. Da habe ich heute für euch die 2008 erschienene Split von Anand Penetration und Punished Earth. Für diejenigen und euch, die auf abnormale Geschwindigkeitseskapaden schwirren, ist dies die Offenbarung. Beginnen wir mit den Holländern Anand Penetration, die mit ihren gefühlten 5000 DPM alles verstören, was existiert. Neunsonst tunnen sich hier unter anderem Farts and Crafts oder Fuck Right. Mein Hans-Biet-Tipp, fuck with a fuck. Dem folgen die Belgier Panne Störf, die Anand Penetration in Sachen Brutalität in nichts nachstehen. Sonst wie Project, Genocide oder Wonder Woman lassen die Grind-Hartzen höher schlagen. Mein Hans-Biet-Tipp, throw Debra. Der Schinken wurde von I Hate Humanity Records produziert. Eine absolute Brutalexzesse wird hier zelebriert und lässt nichts in der Ursprungsform, was sich in den Weg stellt. Frag sie, Geschwindigkeit ist keine Hexerei. Okay, meine Honigbäckchen, das war's für heute. Mehr Schatzbrunenstücke gibt's demnächst. Adios.